so weiter geht's area 17 tags wenn du mit großartig mehr um draußen bist schießen die scharfschützen auf dich ja das haben wir auch gesehen im wo besser als im k a o p w camp das ist unheimlich was die scharfschützen da mit einem veranstalten ja weiter geht's opw camp oder so keine ahnung military camp aber rein geht's erst mal und na hoffentlich die also ich krieg direkt eine umgeglatscht in voller blut voller blut sagt die sau na stimmt ich muss hier weg komm mit mir wenn du leben willst will ich in der tat ob man's glaubt oder nicht ladra sehen soll da die rate oder was das rad aber mischie bord ich hau ihn um ich werde ladra umhauen genauso wie den scheiß dreck in garter naja wobei wird nicht mehr für einen reichen das ist ein mist wenn ich von die älter herkippen geht mir genauso junge was für meiner zelle arschloch was denkst du denn wer du bist ich komm mit deinem schlag ich mach mit dem pampel kaputt was für ich hab verloren ich mach dich kalt kollege nun ja dann haut er ab die sauer egal ich kriege wachen und worry dann werde ich zu brei schlagen aber nicht hier zwei naja ich hab keinen bock auf eine verriegelung und naja jetzt kann es halt sein in der dko finde ich sehr interessant halt die schnau zu werden ja wie gesagt jetzt kann es halt jeder schlag halt dafür sorgen dass man also gegen die bullen das war ja probleme bekommen gegen verriegelung von sternen und so da habe ich keinen bock drauf deswegen gehen wir einfach hier mal glück so dankeschön glück und dann schauen wir mal wir haben alles aber das hier ist falsch geordnet warum auch immer ich das scheiße geordnet habe aber so okay zu früh wach sind wir alle knackig weg vielleicht ist es soweit bist du wachen und worry nein schade muss auch nicht wachen und worry wobei brauchen wir eigentlich noch was für die flucht muss ich mal kurz gucken ob wir irgendwas benötigen wir haben schaufeln sie haben die schere wir haben einen key wir haben schmugglerwarebeutel und sie haben energy booster also nein nicht dass ich wüsste trotzdem hau ich dir erstmal einer rein sendte ich ja kollegenkreis von dir auch stress will nach und nach schalte ich euch alle aus einfach wer bray und ladere so aber hier nicht das zeug dropen da ist meine italien lockert du hast sowieso längst überfällig dass du auf die kasse bekommst das ist längst überfällig so hast du ein wach man worry nein was eigentlich egal dann machen wir hier alle fertig na du sauer das ist alles klar sonst halt vorher das ist nicht gemeint ich freue mich wie er mich eh dadurch sehen kann aber auch rüber alles klar und wir gehen hier runter gehen den scheiß hier an ich bin bei der früchtigsten es ist mal richtig mit anderen also etwas an drackengars drackengars Ja genau, du Dreck Sanitäter. Bei mir lässt du dir immer Zeit, egal wo ich liege, aber bei denen muss man da natürlich übertreiben, ne? Ist ja klar, diese scheiß Sanitäter, die würde ich gerne auch unboxen können. Oh leider darf ich das nicht. Ist ja der hinter mir, wahrscheinlich. Ah, jetzt kommt ein Tier, Bachmann. Nein, ich gehe nicht zur Duschzeit, dass du mich belastigen kannst, aber auch mal ein Peekst, denkst du wohl? So. Was willst du eigentlich? Hast du nicht mal einen Schlüssel? Hat gar nichts, aber will was, oder was? Hat nichts im Leben erreicht, aber... Einmal auf dicke Eier machen, ey. Kennen wir uns ja alle, ey. So. Wobei ich halt da durch die Links laufen kann, weil ich die Schwanke. Dass wir das direkt realisieren. Schade. Ja komm, komm wir. Letzten Tag hier will ich Srede-Buckern. So. Hier nehme ich auch das auf, und das nehme ich auch auf. Ey, Ken. Gönn dir mal hier. Okay. Weißt du was, kannst du den Scheiß hier noch haben. Von Voki Voki. Okay. Von Forster. Ja. 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 Ich fahrials hier mit. Tysall. Ich glaub der muss mich erstmal bekommen, weil jetzt wo ich gesagt hab. igible. Binde meine Zelle oder? Ne, ok. Pass den Wagen. Weil... Bei seinem Namen Appell gehen wir einfach los. Muss ja schon mal nach draußen gehen. Ich weiß, wenn ich am Tunnel da komme. Schnauzig bin ich dein Kumpel. So. Zack, 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 zack. Den Kumpel kann ich euch abbringen eben. Ah, dann gleich Appell zu. Jetzt können wir ein paar besser nach. Appell. Ja. Wobei, lass mal Quartz. Hier den Energy to the game. Dann bin ich voller Energie. Was heißt, ich kann gar nicht die Energy Shotzone benutzen. Das Pfeil sich versehentlich draufklicken sollte, dass das kein Problem sein wird. Also wir werden Sportzeit ja eh nur kurz hingehen und dann tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Adra wird die echt gerne verkloppen, aber nicht wenn sie Sportzeit. Aber die müssen auch nochmal verkloppen. Haben wir zwei schon ein paar Mal, aber ist egal. Ist egal. Gehe. Gehen wir jetzt an. Felszange hat. Wehe, du gehst in meine Zelle, ne? No. Pigs hat anscheinend ein bisschen dazu geplant. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Damit kannst du aber auch graben mit den Garten. Ah, genau. Wusste ich doch, dass mal wieder einer hier Scheiße bauen muss. Und in meine Zelle gehen muss, Alter. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Und dann geht irgend so ein Arschloch in meine Scheiß Zelle rein, ey. Ihr lernt das nicht, ne? Jeder, der da reingeht, wird K.O. geschlagen. Ihr lernt's einfach nicht. Ihr lernt's einfach nicht. Ich glaub, in real life kann ich das leider nicht beeinflussen, wie hier. Aber naja. Wenn ich's könnte, wären die auch am Projekt liegen, falls ich mal im Bau landen würde. Zu Unrecht. Na, jetzt mal. Geh sterben, Lockhart. Gerade du sollst sterben gehen. Aber das kann man hier oben wegschmeißen. Ich weiß. Weil hier ist mir egal ob die Guards hier. Das ist schön. Weil was juckt sonst. Das ist egal eigentlich. Frühstückszeit. Um 12 Uhr. Passt zu meiner Zeit, wenn ich manchmal frühstücke. Wobei, das ist eigentlich kein Joke gewesen. Erstmal. Ja, block doch noch die Sau. Denk doch noch seinen... Scheiß Kollegen, Mann. Ja, ich hab auch Verdammungsprobleme. Manchmal. So. Genau, er prüge mich in den Schlag des Kollegen rein. Alles klar. Manchmal die Tag Team Moves, die verboten sind. Manchmal die Wrestling Moves hier. Nein. Immerhin. Ja. Der bleibt länger. Nein, nicht da. Nicht. Ruhig Zeit. Nee. Glück ist Gamer. Der darf stinken. Wenn mir die Zocken dürfen stinken. Cool. Aha, jetzt auf einmal checkt das oder was? Macht Sinn. Nicht. Oh, cool. Das war super. Nein. Also nicht ganz. Also an sich schon. Komm her. Als ob die Kamera das auszeichnet auf einmal. Auf einmal hat die Kamera einfach ihren Winkel geändert. Alles klar. Nice. Da hab ich einfach das hier und hab das hier bei, ja? Geil. Müssen wir ja nicht sehen. Also jetzt. Oh, scheiße. Arbeitszeit. Verdammt. Mal den Schott. Warum war das nicht? Ich weiß nicht, dass es so ist. Oh, scheiße. Also, Maul. Ich hab mich bewegt. Zeit mal. Warte, Ken. Kenne dich. Warte. Gönn dir. So. Ah, shit. Jetzt muss ich eigentlich warten, bis ich... Ich hab mich mehr gesucht. Genau. Entfühl mich und schau was passiert. Junge, ich kill dich einfach, du Säure. Ach so, hier gehst du in meine Zelle rein. Er kam... Vom Laufweg her kam der aus meiner Zelle, die so... Locker. Pflege ich meine Hände ins Feuer, ey. So, ging schon da runter? So. Heißt du? So. Ja, das ist eine Kacke. Aber das Problem ist auch, ich kann die Sachen hier nicht reinlegen. Wobei... Ich könnte die Kleidung reinlegen. Ja. Schlagzeug vielleicht auch für... Hm. Das hier bauen wir eigentlich nicht mehr. So. Okay. Dann könnte ich mich... Ich muss mich nicht mehr K.O. schlagen raus. Okay. Ja, aber besser ist es. Besser ist es. So. Kann ich noch hier... Den Scheiß runter spülen. So. Einen um Klebeband zu bekommen, haben wir jetzt genug. Für mich Erste. Und jetzt müssen wir noch irgendeinen K.O. schlagen hier. Also abgesehen. Also im Gart halt. Also. K.O. Die Flagen wären eigentlich. So. Ein Pincher, das kannst du dann haben. Lul. Wie lange der einfach gebraucht hat. Da hab ich mich nicht mehr bewegt. Was für'n Lappen. Da hab ich mich nicht mehr bewegt. Hat ich dich ernst gemacht? Heute bin ich K.O. geschlagen. Das Mutterschaft sagt, was geht. Ja. Ah shit, wir müssen uns beeilen. Ja. Ich darf meinen Appel nicht vergessen. Auch wenn ich kann noch mal K.O. geschlagen werden. Was für sie. Ich bin alleine, Junge. Und was für live, Alter. Gegenart zu dir. Brau ich auch niemanden. In Gart, da hätte ich jetzt auch gerne K.O. geschlagen. Aber wir haben keine Zeit. Tipps? Ich bin meine Tellerart. Gut. Gut. Aber Glück. So. Und wir auch. Dann einmal bitte. Den. Inscheißen mitnehmen. Und einen Red Key. Außer natürlich. Da geht wir in der Zeile andererseits. Scheiß drauf. Wichtiger ist natürlich, dass wir hier. Quatsch. Dann hier. Wir brauchen noch einen. Aber ich glaube dafür ist die Zeit nicht. So. Jetzt halt die Frage. So. So. Schein repariert. Macht mir doch nicht so ne Angst ey. So. Und ich hier. Nein. Nicht da rein. Junge. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht was der Zaun hat am Dings. Deswegen legen wir einfach hier ab. Das Ding. So. Und fertig ist. Aber what the hell so. Mach einfach die Tür da auf. Die Sau. So. Du bist manchmal so ein dummer Spasti. Weißt du was. Guck mal. Ein dämliches. Einfach ein dämliches dämliches. Einfach ein dämliches dämliches. Einfach. Wobei. Wir hätten auch darüber hochrennen können. Also müssen wir zwei Türen aufmachen. Wobei. Nee. Ich weiß nicht. Hm. Kannst versuchen hier rüber. Nehmen wir einfach hier rein. Okay. Versuch uns. Kann so sein, dass wir hier weniger vom Schlüssel verbrauchen. Unterzeit vielleicht. Ja genau. Okay. Doch. Richtig in Erinnerung. Ich war mir unsicher. Aber es ist gut hier ja ne. Jetzt haben wir schon mal die Vorbereitungen getroffen die wichtig sind. Durchzeit werden wir nicht schaffen. Wie schade. Können wir uns nicht belästigen die Scheiß-Gards. Aber. Wir. Kein stattdessen. Aber für den Fall der Fälle dass uns irgendwer verpfeift legen wir alles ab. So. Wobei. Okay. Sollte ich dich nicht auf das Uniform machen? Wickeln? Eigentlich schon. Hallo. Bleg. Hör auf. Fummelt. Die Zeit für deine Scheiße. Geh. Einfach schnell zum Appell bevor irgendwer da ist. Genau. Relay für heute hat keiner mitbekommen um das wir da waren. So. Einmal. Das ist auch so dämlich gemacht. Das war. So. Den Scheiß hier ablegen. So. Dann schnell. Hallo. Glick. Hör auf damit. Wir haben nicht die Zeit für deinen Scheiß. Wir haben nicht die Zeit für deinen Scheiß. Blöder Glick ey. Echt ey. Echt ey. Ich hasse diesen Glick. Dieses Glick ist dumm. Und diesen Glick hasse ich so sehen. Und diesen Schlüssel schieb ich mir sonst wohin. Und den Pilgrink. Und den Sch crisis感. Das hält halt manchmal auch. Aber guck mal. Guck mal ich mal ob das hier klappen im Ausbruch vielleicht. Etwa dann kölen. Und bald, das machen wir im nächsten Mal. Ciao, Leute.